Die Tsuji Boswin Springs Co. Limited Liegt strategisch günstig im Industriegebiet Westsabab der Stadt Tsuji und blickt auf eine lange Geschichte zurück, wie mit der Gründung ihrer ersten Tochtergesellschaft. Der Tsuji Leader Spring Factory im Jahr 1992 begann. Im Laufe der Zeit wurde das Unternehmen erweitert und umfasst heute sowohl die Tsuji Boswin Springs Co. Limited Als auch die Tsuji Boswin Precision Missionary Co. Limited Wodurch eine beeindruckende Unternehmensgruppe entstanden ist. Gemeinsam verfügen diese Firmen über ein eingetragenes Kapital von 31,25 Millionen Yuan und arbeiten auf einem weitläufigen Fabrikgelände von über 9000 Quadratmetern. Was als Federproduktion begann, entwickelte sich weiter zur Herstellung von Metallstanzteilen und CNC-Präzisionsbearbeitung. Die Federproduktionswerkstatt ist mit einer umfassenden Auswahl an über 120 Maschinen ausgestattet, die eine hohe Qualität in der Herstellung von Spiralfedern und Wellenfedern gewährleisten. Und dem Unternehmen einen hervorragenden Ruf bei seinen Kunden eingebracht haben. Die Stanzteileproduktionslinie ist mit modernsten Geräten ausgestattet, darunter Hochgeschwindigkeitsstanzmaschinen, CNC-Hydraulikpressen und CNC-Biegemaschinen. Die Präzision und Effizienz in der Fertigung gewährleisten. Ebenso verfügt die CNC-Bearbeitungslinie über fortschrittliche Technologie, wie Schrägschienenverbundwerkzeugmaschinen, CNC-Werkzeugmaschinen und Induktionshärtegeräte. Diese Abteilung ist auf die Herstellung von Präzisionsteilen für Automobilkomponenten, mechanische Geräte und andere intelligente Produkte spezialisiert. Besonders die Lagerhülsen des Unternehmens genießen hohe Anerkennung und werden von zahlreichen Automobilteileherstellern eingesetzt. Das Unternehmen hat sich der intelligenten Fertigung verschrieben und investiert kontinuierlich in technologische Innovationen und Geräteaufrüstung. Zu Yi Boswin Springs Co. Limited Verfügt über eigene Kapazitäten zur Entwicklung und Verarbeitung von Formen und bietet maßgeschneiderte Lösungen, um die vielfältigen Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. Die Kundenorientierung steht im Mittelpunkt unserer Service-Philosophie, wobei wir großen Wert auf die Bereitstellung hochwertiger, effizienter und bequemer Dienstleistungen legen. Unser oberstes Ziel ist es, die Marke Boswin als führenden Namen in der Metallverarbeitungsbranche zu etablieren. Die Zu Yi Leader Spring Factory erhielt im Jahr 2000 die QS 9000 Zertifizierung für Qualitätssysteme und die Zu Yi Boswin Precision Machinery Co. Limited Wurde 2019 mit der ISO TS 16949 Zertifizierung ausgezeichnet. Mit Blick in die Zukunft bleibt die Zu Yi Boswin Springs Co. Limited Ihrer Philosophie von Professionalität, Effizienz und partnerschaftlichen Beziehungen treu. Wir freuen uns darauf neue und dauerhafte Verbindungen zu bestehenden und potenziellen Kunden aufzubauen, während wir gemeinsam einer erfolgreichen und innovativen Zukunft entgegenblicken. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020